Albert Camus, Nietzsche-Notizen, Tagebuch, 5. März 1957 Nietzsche In einer Überfülle von belebenden und erholsamen Kräften besitzen selbst die Unglücke einen Sonnenglanz und erzeugen ihren eigenen Trost. Nietzsche Angenommen, man sei ständig in der Erwartung des Bösen, der unangenehmen Überraschung, dann verharrt man in einem Zustand der Spannung und der Gehässigkeit. Man wird für die anderen unerträglich und sieht seine eigene Gesundheit darunter leiden. Solche Naturen sind zum Aussterben verurteilt. Nietzsche Die Furcht vor dem Tode als europäische Krankheit Nietzsche Glück liegt in der Geschwindigkeit des Fühlens und Denkens. Alle übrige Welt ist langsam, allmählich und dumm. Wer den Lauf des Lichtstrahls fühlen könnte, würde sehr beglückt sein, denn er ist sehr geschwind. Nietzsche Porträt des zukünftigen Menschen Exzentrisch Energisch Herzlich Unermüdlich Künstler Feind der Bücher Nietzsche Die hochkultivierten Menschen mit einem starken Körper sind allen Herrschern überlegen. Gäste Die hochkultivierten Menschen mit einem starken Körper